Hallo Herr Aiwanger, schön, dass Sie sich zwei für uns Landwirte nehmen und vielleicht ein paar Fragen für uns beantworten. Gerne, legt's los. Also wir sind ja selber aus der Landwirtschaft, wir haben daheim einen konventionellen Ackerbaubetrieb mit Wald und gerade bei der momentanen Lage, wir haben gerade unsere Ernte trocken reingebracht. Aber mit dem Wetter, mit der ganzen Düngebedingung, Stichwort Düngegesetz eben auch, war die Qualität das ja nicht gerade berauschend. Preise sind auch dementsprechend, auch mit der Trocknungskosten und mit den Qualitätsabzüge, was man eben hat. Was wir jetzt eben auch haben, was viele Leute haben, wir wissen nicht, wo wir hin sollen mit unserem Betrieb. Wir haben den Betrieb erst übernommen und der hat jetzt 20 Jahre eigentlich von der Substanz gelebt. Und ja, jetzt ist eben die Frage, wie sollen wir eigentlich noch überleben mit den ganzen Faktoren, mit den Niedrigpreisen, hohen Nebenkosten, mit den ganzen Auflagen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Die Landwirtschaft wird immer mehr in die Ecke getrieben und wird fachfremd politisiert. Man sieht, dass die derzeitige Düngevorgabe, dass teilweise in den roten Gebieten unter Entzug gedüngt wird und so weiter, dazu führt, dass wir Qualitätseinbußen haben. Dass der Proteingehalt im Getreide nicht mehr passt, dass du es nicht mehr vernünftig vermarkten kannst. Am Ende ist dann noch Biogasware oder Futterware, aber eben nicht mehr Ernährungsware. Das wird dann wahrscheinlich aus dem Ausland importiert. Wir müssen auf alle Fälle beim Thema der Düngung auf die Nährstoffbilanz umstellen, wegkommen von dem roten Gebiete-Thema und von den Messstellen, wo relativ willkürlich für riesige Gebiete aufgrund einer Messstelle dann die Düngung vorgegeben ist, was überhaupt nicht passt. Wir haben auch in Grünland-Gebieten jetzt oft die Vorgabe, dass jetzt ab 2025 müssen die mit Schleppschlauch düngen, die Gülle ausbringen. Und die sagen, du, das neue Fass kaufe ich mir nicht mehr oder in meiner Topografie, da geht das nicht. Ich will beim anderen Fass bleiben. Es sind einfach zu viele fachfremde Vorgaben und keine Planungssicherheit. Du investierst heute als Landwirt auch in Tierställe, die man 20 bis 30 Jahre eigentlich so haben müsste dann, damit er sich abzahlen. Und drei Jahre später, wenn es überhaupt so lange dauert, kommt die Politik auf die Idee und sagt, das ist schon nicht mehr zulässig. Also auch das Thema Tierwohlstelle. Der eine berät den Landwirt und sagt, bitte baue einen Tierwohlstall nach diesen Kriterien. Kaum hat er gebaut, kommt die Kontrolle und sagt, die Schweine sind dreckig. Sagt er, ja, ihr habt es ja gesagt, ihr sollt keine Spalten reinbauen. Und dann sind die Schweine dreckig, dann wundert man sich, dann kriegt der Bußgeldbescheid, alles schon erlebt. Also insofern muss jetzt wieder mehr Vernunft in die Agrarpolitik einziehen, weniger Ideologie. Und wir müssen die Landwirte wieder ernst nehmen und müssen auch so Politik machen, dass die in der nächsten Generation noch Lust haben, überhaupt weiterzumachen. Und nicht, dass die sagen, ich kann das überhaupt nicht mehr erfüllen, ich höre auf. Ja, wir waren zum Beispiel im Milchviehstall, Anbindehaltung. Ja, wir haben kein Stück Vieh mehr zu Hause, weil es einfach, ja, wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Was anderes, Penny-Projekt, die Warenpreise. Also es kann ja eigentlich echt den falschen Eindruck erwecken, dass gerade die Landwirte an den Preisen schuld sind. Aber die Landwirte haben ja extrem das Preisdumping ja eh schon. Und Einzelhandelskonzerne, wie zum Beispiel Penny, die haben ja auch mit Reise, mit Freizeitartikel machen die ja eigentlich auch ihr Geld. Und jetzt ist wieder die Lebensmittelerzeugung eigentlich im allgemeinen Wahrnehmung immer als böse dargestellt. Ja, da gehen wir bei den restlichen Konsumgütern eigentlich über die Umweltbilanz gar nicht gesprochen. Oder die wären eigentlich verschwiegen. Wie sehen Sie das? Ja, genau so. In meinen Augen ist das eine Gemeinheit sondergleichen, dass man hier einige Lebensmittel gezielt rausgreift. Und komischerweise, ideologisch besetzt, wieder nur die tierischen Ursprungs, also Fleisch respektive Milch, Joghurt, Käse, werden diskriminiert. Nach dem Motto, dort ermitteln wir die Warenpreise, obwohl dort die Wege noch am kürzesten sind, weil meistens Joghurt und Käse nicht um die ganze Welt geflogen werden, in Einzelfällen auch, aber in der Regel doch regionaler. Und, ich habe es ja dann auch getwittert, aber die Weintraube aus Südafrika, die mit dem Flugzeug kommt, das ist die coole, grüne, korrekte Pflanze und Ernährung. Also das ist völlig am Thema vorbei. Und wenn dann so Konzerne dann auf der anderen Seite Konsumartikel aus China holen, und wenn man es aus der Packung rausnimmt, dann fällt schon alles auseinander, dann landet alles in der Mülltonne. Also die sollen dort mal die Warenpreise und die Ökokosten aufsummieren und nicht den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie hier tierische Nahrungsmittel zu sich nehmen. Und in meiner Meinung ist das eine ganz infame Debatte, weil man dort dann einem Teil der Menschen einfach schlechtes Gewissen macht und sagt, ja, du musst schon verstehen, wenn du böse tierische Lebensmittel zu dir nimmst, dann musst du das Doppelte zahlen. Dann sagt er, ja, Ablasshandel, tut mir leid, ich bin so ein böser Fleischesser, ich zahle jetzt das Doppelte. Aber dann ist mein Gewissen beruhigt, weil damit wird dann in Afrika angeblich irgendein Projekt gemacht oder irgendjemand im Allgäu würde dort einen Zuschuss bekommen. Dann wird also hier mit einem schlechten Gewissen gearbeitet. Und die anderen, die dann diesen teuren tierischen Lebensmitteln ausweichen, gehen dann vielleicht in die vegane Schiene und zahlen dort auch überhöhte Preise und dort sind dann die Gewinnspannen noch höher. Also eine ganz gemein eingefädelte Debatte. Wenn man von Warenpreisen redet, dann soll man die Warenpreise zahlen, die der Landwirt braucht, damit er ordentlich arbeiten kann, damit er mit überschaubaren Tierbeständen vernünftig arbeiten kann und nicht in eine Massenproduktion getrieben wird, dass eine Person am Ende über 10.000 Mastplätze bewirtschaften soll, was er persönlich oft gar nicht mehr leisten kann, aber das Personal kann er sich nicht leisten zu bezahlen. Also wird er hier in einen 16-Stunden-Tag hineingetrieben. Also dort will ich mal die Warenpreise, dass man vernünftig überschaubar bodengebunden produzieren kann und davon leben kann. Wenn das das Ziel wäre, dann wird auch der Großteil der Verbraucher mitgehen. Dann hätten wir die kurzen Wege, dann hätten wir die heimische Landwirtschaft. Aber das ist ja alles nur Mumpitz. Also man will die Landwirte ausquetschen wie Zitrone und am Ende höhere Preise kassieren, um doppelt den Gewinn zu haben. Der Landwirt wird gedrückt mit dem Preis und die anderen Preise gehen hoch und die Spanne dazwischen wird größer. Und das zeigt, dass das ganze System krank ist mittlerweile, dass einfach die Lebensmitteleinzelhandelskonzerne, eine Handvoll Konzerne, beherrschen 80% des Lebensmittelvolumens und diktieren hier die Preise. Wir bräuchten hier wieder deutlich mehr Diversifizierung. Hier ist die soziale Marktwirtschaft in meinen Augen ausgehebelt. Hier müsste erstens das Kartellamt reingehen und müsste sagen, Leute, das läuft nicht mehr so. Und zweitens müssen wir alles tun, damit wir wieder kleinere Metzgereien haben, Bäckereien haben, Abhofvermarktung, all diese Dinge müssen machbar gestaltet werden. Nicht, dass jemand einen Hofladen anfängt und auf lauter Kontrollen und Vorschriften sagt, wieder ist mir alles zu teuer, zu aufwendig, mache ich nicht. Also wir müssen wieder mehr, einen höheren Anteil der Lebensmittel direkt vom Landwirt oder von kleineren Strukturen an den Kunden bringen. Bei allen geht es natürlich nicht. In der Großstadt kann nicht jeder einen Metzgerladen einkaufen, wissen wir auch. Aber diese marktbeherrschende Rolle des großen Lebensmitteleinzelhandels muss korrigiert werden. Noch ein großes Thema Biodiversität. Wir haben ja ungenutzte und wirtschaftlich genutzte Flächen, Naturschutzflächen und Flächen mit Wirtschaftsdünger oder Weiden. Die Insekten und deren Vielfalt, die daraus resultieren und auch die Ansiedelung von Vögeln, gehören doch eigentlich wissenschaftlich dargestellt. Warum wird dann nicht eigentlich gerade Wissenschaftler bei der Frage Biodiversität mehr hinzugezogen? Ja, das ist natürlich ein Spagat, dass man sagt, auf der einen Seite möglichst effektiv wirtschaften und auf der anderen Seite trotzdem der Fauna und Floda noch eine Nische zu lassen. Idealerweise kriegt man das auf derselben Fläche hin, wenn man sagt, in den Wäldern ist ja mittlerweile erwiesen, dass bewirtschaftete Wälder artenreicher sind als stillgelegte Wälder. Und es ist durchaus auch so, dass jetzt die normale Landwirtschaft nicht unbedingt am Arten-Schund- und Arten-Sterben-Schuld sein muss, sondern wir haben auch einen rückläufigen Anteil von Insekten in Gebieten, wo überhaupt keinen Pflanzenschutz oder keine Insektizide eingesetzt werden. Auch in Grünlandregionen, die genauso bewirtschaftet werden wie vor 100 Jahren. Und dort haben auch die Forscher festgestellt, dass die Insekten weniger seien. Also es können durchaus auch andere Einflüsse sein, welche auch immer, da will ich jetzt gar nicht rumspekulieren. Und natürlich muss man schauen, dass die moderne Landwirtschaft hier nicht zum Problem wird, dass man, wenn sich herausstellt, gewisse Pflanzenschutzmittel sind dann doch wirklich in der Nahrungskette belastend oder sind eben zu Insekten schädlich, dass man sich immer an den neuesten Formen der Technik orientiert und diese Mittel reduziert, aber wir können nicht sagen, wir machen jetzt die Landwirtschaft platt und dann kehrt wieder das Paradies auf Erden ein, sondern da werden wir uns wundern, dann hat der Mensch nichts zum Essen und dann kommt noch mehr Importware aus Ländern, wo mit dem Flugzeug gespritzt wird, wo es nicht so genau geht, wie viel Kilogramm pro Hektar der rausballert. Und das ist dann alles gut, weil wir es nicht mehr sehen. Also wir sollten schon die heimische Landwirtschaft unterstützen und nicht denen zu viele Vorschriften machen mit Verweis auf Öko-Ziele, was dazu führt, dass dann andere Länder umso mehr nach Deutschland importieren. So, jetzt meine letzte Frage und dann lasse ich sie wieder. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben einen Wald, wir waren auch in Erding auf der Heizideologie-Thema. Aber die Reaktionen, die wir auch teilweise auf unsere Videos gerückt haben, die waren total unterschiedlich. Also es war echt, wie haben Sie eigentlich den Tag empfunden und wie geht es eigentlich weiter mit der Heizideologie? Ja, man kann mittlerweile fast Heizidiotie sagen zu dieser Ideologie. Also man muss sich das vorstellen, dass da wirklich Ideologen vorgeben und vorgeben wollten, dass Holz kein erneuerbarer Rohstoff mehr sei für die Heizung und dann am Ende Ölheizungen ökologisch korrekter seien als Hackschnitzelheizungen oder Holzöfen, kann man nur den Kopf schütteln. Ziel dahinter ist ja nur das Eigentum der Landwirte zu entwerten und Wälder stillzulegen, weil dann ist man auf der richtigen Seite, wenn man nichts mehr erntet dort und würde dafür lieber Öl einsetzen. Also völlig daneben. Wir haben in Bayern ja wieder ein Förderprogramm, das heißt Bio-Wärme, wo wir Hackschnitzelheizungen wieder unterstützen, weil ich überzeugt bin, das ist der richtige Weg. Und man muss sich dann schon wundern, welche ideologische Maschinerie dort auffährt, dass jemand, der die Dinge, jeder hält sich selber für vernünftig, aber der sagt, liebe Leute, das können wir doch nicht machen, macht es Politik für die Mehrheit der Bürger und nicht für irgendwelche Ideologien, dass man dann von allen Seiten beschossen wird, als hätten wir dort ein Verbrechen begangen. Aber Gott sei Dank habe ich einfach die Rückmeldungen aus der Bevölkerung heraus, waren eindeutig. Ich glaube, dass keine Handvoll mich geschimpft haben, schon gar nicht die, die dort waren, von denen, die dort waren, kein einziger. Und auch sonst vielleicht eine Handvoll Leute, die das irgendwo missinterpretiert in den Schlagzeilen gelesen haben. Ansonsten habe ich mindestens 95 Prozent Zustimmung gekriegt. Und die Umfragen der letzten Tage zeigen ja, jetzt haben wir ja Zustimmung in den Parteiwerten, weil einfach die Leute sagen, der Aiwanger hat doch das Richtige gesagt. Also insofern muss man sich da schon fragen, auf welchem Raumschiff wir unterwegs sind. Ja, genau. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass die bäuerlich Denkenden, nachhaltig Denkenden sich den Mund nicht verbieten lassen, sondern die Dinge beim Namen nennen im Sinne der Gesamtbevölkerung. Wir kämpfen ja nicht in erster Linie für uns und unsere Bosch der Brennholz, sondern wir kämpfen dafür, dass dieses Denken in Generationen, diese funktionierende Gesellschaft, dass die wieder politisch mehrheitsfähig ist und nicht Ideologen, die uns in die Ecke treiben, uns eine Ernährung empfehlen, obwohl ich sage, das hältst ein paar Jahre aus, aber nicht über ein paar Generationen. Also insofern, wenn wir bäuerlich denken, denkt man richtig. Ja, Dankeschön für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Servus. Okay. Okay. Okay.